Ja, liebe Leute, Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Endling. Für mich ist es eine neue Aufnahmesession und ich würde sagen, wir starten die nächste Nacht. Und schauen, was uns da Schönes erwartet. Oder nichts Schönes, besser gesagt, in dieser Welt. Ne? Oh, wir haben wieder einen Hinweis. Und ein Ereignis. Mal ganz kurz schauen. Ah, das wäre gleich ganz links und da, wo er vorher auf uns schießen wollte. Aber gut, gehen wir jetzt erst mal den Hinweis nach. Oh, das sind immer weiter hier den Wald hier am Abholzen. Leute, das solltet ihr nicht machen. Das rächt sich. Okay. Rächt sich auch jetzt schon mit der ganzen Klimaerwerbung. Oh. Geht diese Stelle um die Wilderung für den Standort, die Erde zu führen. Okay. Okay, wir müssen hier weiter nach links. Und nicht vergessen, wir brauchen noch Nahrung. Oh, das hat es auch gleich da unten. Ja, aber leider wieder Müll. Ah. Das war wohl nichts. Oh, wir sehen mal. Ja, diesmal. Ah. Immerhin zweimal. Halbwegs gut gefüllt. Wo ist denn der Hinweis? Ah, hier. Ja. Okay. Er hat unser Baby da rausgenommen, aber... Keine Ahnung, wieso. So, geht's auch gerade weiter. Nochmal das Tuch. Er hebt das wieder auf. Das ist ein umgekehrter Renf. Oh, nein. Oh, nein. Ich glaube, er will eine Fährte legen. Oh, hier. Hier rein. Hier rein. Mal zu dem Haus hier. Oh, da ist er. Shit. Er wartet nur drauf, dass wir reingehen. Ja, toll. Ah, jetzt. Ja. Neue Fähigkeit, der Kerl. Lern und klettern. Okay. Oh, er kommt halt auch wieder durch. Oh, oh. Oh. Was ist das für seine Tochter? Ja, ist gleicher Weg wieder runter. Ja, okay. Gleicher Weg wieder runter. Okay. Wecker, wir müssen ja trotzdem jetzt hier noch schnüffeln. Oh, so fies. Aber eigentlich auch schlau, das so zu machen. Okay. Dann. Wir sind von der Nahrung recht voll. Da ist der Zugang zu... Anna, doch nicht. Oh, ich habe die Ratte gekriegt. Okay. Was ich jetzt diesmal probieren werde, ist, ich werde die mit in den Unterschlupf nehmen. Mal zu schauen, ob ich dafür in der Nacht ein Boni kriege. Äh, das ist hier falsch. Ich hätte da oben... Ja, hier hätte ich raufen müssen. Moin. Hier gibt es nichts zu sehen. Kommt ihr, Kleinen? Ach so, ich kann jetzt auch nicht rufen. Stimmt ja. Okay. Dann gehen wir mal hier rein. Ich glaube, das hat nicht wirklich... Ah, doch. Oh, das merke ich mir. Dann nehmen wir da Futter mit rein. Nice. Coole Sache. Trotz allem gibt es noch freundliche Menschen. Ja, aber nicht sehr viel. Ob ich jetzt einen getroffen. Okay. Nacht 16. der normale Nacht, so wie es aussieht. Äh, wir haben ihn wieder. Wir können jetzt weiter nach rechts. Und wir haben jetzt bei dem Haus wieder ein eigenes. Da würde ich sagen, gehen wir zuerst zu dem Haus hier. Dann hier nach links. Und dann hier nach unten. Zu dem zweiten. Dann jetzt hier noch ein Dachs. Ich würde sagen, diese Tour machen wir zuerst nach unten. Ja, doch. Machen wir erstmal so. So. Machen wir mal schnell. Nacht ist kurz. So, hier runter. Oder? Haben wir schon hier? Ja, doch. Bin richtig. Da ist jemand am Singen. Oh. Hallo. Oh, so nett. Oh, so cute. Kannst du uns nicht unser anderes Baby geben? Okay, mal schauen. Einfach weiter. Molly heißt sie. Okay. Komplett maxed out. Ah, kommt's. Ja, Eule. Ich nehme das mal mit. Ja, einfach weiterlaufen. Okay. Äh, wie ist das jetzt hier? Okay. Noch ein bisschen weiter. Äh, ihr könnt doch mal das hier futtern. Hab ich mal das hier. Aber den Hasen merke ich mir hier unten. Ah, Hinweise. Ja, mal bitteschön ablenken hier. Ach, das war schon. Das ist, das ist für dich ein Ereignis. Okay. Nee, das hole ich mal jetzt mal nicht. Ähm. Ah, nee. Wir hätten hier rein müssen. Aber hier haben. Hä? Okay. Was kommen wir da? Ah, versteh. Einfach nur schnell reise ich vor und zurück. Ja, das wollte ich jetzt aber eigentlich nicht. Äh, wir gehen wieder retour. Das werden wir vermutlich später noch irgendwie brauchen. Vielleicht wenn wir flüchten oder... Keine Ahnung. Weiter nach rechts. Da ist zwar gesch... Wer... Nein, ich gehe in die falsche Richtung. Mal schauen, was wir da so haben. Da könnte sich wieder einer durchzwängen. 16a, wir haben Halbzeit. Wo sind wir? Okay. Wir laufen jetzt einfach oben drüber. Dann müssen wir eh wieder retour. Wenn wir uns noch irgendwas besseres zum Essen finden, würde ich natürlich... Dich werde ich jetzt mitnehmen. Vielen lieben Dank, dass du jetzt da bist. Nice. Gut. Äh... Gerade die nächste Kreuzung rein. Hier. Dann de facto einfach nur durchlaufen. Cool. Mach mal. Da oben ist er. Mit unserem Baby da hinten drauf. Was auch immer du das brauchst. Na, ganz schön nachtaktiv die ganzen Arbeiter hier. Schade um den Wald. So, und rein. Und geht wieder nach oben. Ah, so cool. Es... Entstresst das ganz ein bisschen mit der Nahrungssuche. Wenn sie auch nur abbilden, kannst du nur herunterspringen. Ab die Kleinen. 17. Und wir haben jetzt auf dem Weg da hinten zwei Ereignisse. Okay. Gucken wir uns mal an. Immer schlimmer hier. De facto nix mehr über hier. So macht es euch die Luft schlecht. Äh... Ja. Bitte einmal markieren. Wobei das ein bisschen ein blöder Spot ist, weil das so nah ist... An unseren... An... Oh, was ist mit dir? Du bist tot. Oder... Nein, doch nicht. So, verletzten hat ein Junges. Ähm... Ich schaue mal, ob ich irgendwie zu dir rauf kann. Wer nicht schaut. Ich hoffe, das bringt was, dass ich jetzt da... ... zu ihm rübergehe. Oh, fuck. Das war knapp. Ich bin eigentlich hinten noch mal ein bisschen schneller. So, ich warte mal, bis er herguckt. Gut. Nein, das ist nix. Das ist nix. Sehr gut. Komm. Schau in die andere Richtung, bitte. Danke. Oh, sehr gut. Voll geschafft. Und jetzt bitte noch mal in die Richtung her schauen. Na, komm her. Dankeschön. Huh. Ja, so kleiner. Kann ich dich jetzt irgendwie hochnehmen? Oh ja, ich kann. Oh na... Nein. Ich muss jetzt da den ganzen Weg zurückgehen. Oh no. Nein, 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 nein. Fuck. Ah, der ist mal jetzt ein Vieler. Warum bin ich dein Grand? Ah, shit, 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 shit. Rückgenehmend hochzufahren. Aber weißt du, was ich jetzt mache? Ich werde dann gleich hinten rumlaufen. Das ist dann ein bisschen schneller, als bevor ich mir da den Weg davor mache. Also, dass ich quasi jetzt erst hier hinlaufe und dann laufe ich hier so zurück. Und dann da so rein. Weil dann habe ich nur den Part. Auf die Logik geht auf. Ähm, so. Bitte einmal spritten. Probieren wir das nochmal. Wäre doch gelacht, wie wir das nicht gewuppt kriegen hier. Ah, ich mache jetzt hier nicht die Markierung, weil das wäre jetzt echt blöd. So. Ereignis habe ich gekriegt. Okay, und jetzt auf Express Retour. Dass ich da nicht einfach querfeldein gehen kann. Das würde mir ein bisschen Zeit sparen. Renn, 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 renn. Am liebsten würde ich meinen Kindern sagen, hier sind wir nochmal da drin warten, weil es zu gefährlich ist. Oh Mann, das Arme. Hoffentlich kriegen wir dann in der Nacht drauf irgendwie ein Bohnen, dass wir das Ganze gemacht haben. Ja, sehr gut. Komm, 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 komm. Renn nicht, renn, 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 eh. Scheiße, jetzt aber renn. So, kleiner Mann. Komm mit. Kriegst du nicht. Uh. Was? Nein. Ich darf nicht jumpen. Mann. Es ist so fies. Aber bei dem Breitenstil, da erwischt ich mich eigentlich fast immer. Naja, jetzt nicht. Und das ist eine Harte. Das merken wir uns. Oh. Und wir haben da was zum Futter gekriegt. Okay, das ist ein nice. Danke, Spiel. Und jetzt hier nochmal bitte reingucken. Ja, gleich. Sag mal, wenn ich da hab. Oh. Oh. Kann ich dir vielleicht was zum Futtern bringen? Woher's werden, ne? Soll ich das mit dem Unlocken machen? Wenn er dann hier steht? Ah, ich glaub, ich wär's bereuen, dass ich das mach. Okay, wir gehen hier mal drüber. Und schauen mal ein wenig der Nahrung noch. Alter, das schaut so schlimm aus hier. Was ist das? Trinkt mir aber nahrungstechnisch nix. Ich hab nix grünes. Oh. Nice. Cool. Das ist aber ne ziemlich... Aha. Wo laufst du hin? Kann ich die Kamera da nochmal ein bisschen hinschwenken? Okay, der ist jetzt da doch links gelaufen. Shit. Können wir in der Mitte irgendwie runterhüpfen? Geht das? Hier so. Nee. Hätten wir das mit dem Markieren nicht machen sollen. Ja. Fuck, 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 fuck. Er steht jetzt da. Geht der auch noch weg oder bleibt er da? Er bleibt da. Okay, scheiße. Ich brauch jetzt nen Crashplan. Wie komm ich da schnell wieder da hinten hin? Äh... Entweder... Ja, wir müssen was zumachen. Shit. Shit. Auf jetzt. Auf super schnell. Oh, komm, 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 komm. Schnell, 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 schnell. Miese. Oh, riskant. Oh, riskant. Oh, Mann. Komm, geh nicht. Fress das mal schnell. Wieso kann ich da nicht runter? Ah, jetzt. So. So. Oh, komm, 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 komm. Schnell, 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 schnell. So, dann zeigte er mir jetzt hier den Pfad an. Schnell, 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 schnell. Hi. Oh, tschüss. Sorry. Okay, okay, okay. Nein. Nein. Oh, Mann. Es ist voll nett von dir. Aber, nein. Jetzt bitte nicht. Nein, bitte. Oh, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Mann. Geh weg, geh weg, geh weg. Ich hab grad Zeit für sowas. Oh, schnell rein, schnell rein, schnell rein, schnell rein. Fuck, fuck, fuck. Wir haben's geschafft. Das war knapp, ey. Oh, mein Gott, ist doch hart, Mann. Okay, neue Nacht. Über den Daxolo kannst du schnell reisen. Aber ich weiß noch nicht, ob ich zurückgehen will. Außer, ich muss es. 8.18. Und Hinweis? Ja, es ist wieder Hinweis nach. Schauen wir mal mit dir ein Ereignis. Oh, die sind diesmal ganz weit draußen. Wir haben jetzt ein Ereignis bei einem Dax-Tunnel. Wir haben aber mehr da draußen. Bringt doch wie nix, wenn wir hier auf die linke Seite kommen. Aber gut, erstmal Hinweise, das ist am wichtigsten. Oh ja, natürlich. Eine Falle. Nicht mit mir. Runter? Hier runter. Hier runter. Nach links. Ja, soll man bei ihr kurz vorbeischauen. Na. Hier geht der Hinweis noch. Das ist ja so wenig Zeit. Das ist ja so wenig Zeit. Okay, hier runter. Nach links. Seht ihr mich? Nee. Ach, hier rein. Okay. Ah, er hat hier ein Wasser gegeben oder sowas. Glaub ich. Ja, und Ida weiter zum Bimper 3. Hallo, alles gut? Ah, der blockiert uns. Wir können nicht überholen. Boah, ich muss doch nicht ein bisschen schneller laufen. Ich hab's ein bisschen eilig. Boah, knapp. Oh. Dankeschön. Okay, sie will den Kleinen auf jeden Fall befreien. Und er lasst sie nicht. Hm. Okay, nächster Hinweis. Das kann man wenigstens wieder schnell machen. Ich hätte auch noch gern Nahrung. Hä? Also irgendein Reward für Fell. Ah, okay. Ich würde uns einen Kleinen verkaufen. Ja, bestimmt nicht. Oh. Okay, nachdem wir jetzt hier einen neuen Bereich haben, würde ich sagen. Gehen wir da unten mal rein. Ah, scheiße. Wir haben Halbzeit. Ah, soll man das tun? Brauch Nahrung. Wir gehen auf jeden Fall mal zurück und schauen, dass wir da irgendwo Nahrung kriegen. Wird da jetzt natürlich schwieriger und da haben wir. Vermutlich schon cool. Ja, wir kriegen den Button nicht. Ah, Mann. Wir hätten natürlich auf die andere Seite. Das würde ja auch noch gehen. Hier sind links. Ah, hier. Oben. Kleiner, willst du da bitte wieder runterkommen? Da, bitteschön. Aber das Kleinere könntest du gern holen. Was halte er? Hol mal das andere Ei, bitte. Das andere, das andere, das andere. Yes. Jetzt wieder runter. Sehr gut. Oh mein Gott. Das macht mega viel. Okay. Äh, wir nehmen hier. Ja. Und tschüss. Geil. Wir werden verfolgt. Ah, und unten ist der Hase. Den merken wir uns. Fuck. Tschüss. Oh, das war jetzt knapp. Holy shit. Wenn ich jetzt da reinglaufe, dann wäre es gewesen. Komm, 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 komm. Das ging mal hin, das ging mal hin. Halt. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein. Nein, das darf jetzt nicht wahr sein. Nein, 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 nein. Was? Oh, Mann. Ah, ist das jetzt gemein gewesen? Ah, weil ich einmal nicht aufpasst habe. Äh. Shit. Gut, machen wir es nochmal auf Express. Alle guten Dinge sind zwei. Ah, also wenn es nicht reichen würde, dass uns einer schon hier hat, ey. Fragt mich, ob wir uns hätten wehren können, wenn wir nicht verletzt gewesen wären. Ist das die Falle? Oh, die Falle ist später, komm. Oh, fies. Ey, Moment mal. Habe ich jetzt hier runter müssen? Ne. Hier geht's weiter. Okay, Kinder, wir müssen schnell machen, damit wir mehr Zeit haben. Hier rein. Okay. Ah, da oben jetzt. Oh, da noch. Moin. So, schnell schnüffeln. Gehen wir gerade weiter. Ja, wir gehen gerade weiter. Ah, ich darf wieder nicht überholen. Krieg ich es jetzt trotzdem, obwohl ich nicht da gestanden bin? Ja. Die schnüffelt aber da hinten jedes Mal. Ich habe den R-Button gekriegt. So, ja, gehen wir rein da. Okay, seid gut. Dann gehen wir gerade zum nächsten. Und das müsste jetzt hier gleich sein. Ja, da. Oh, komm. Bis dann, bitte. Okay, was war jetzt ein guter Weg retour? Ich gehe da, wo wir jetzt gerade sind. Ähm, da, 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 da rein. Wir brauchen Nahrung. Ich glaube, hier auf der anderen Seite war hier irgendwo Nahrung. Oh, allzu viele Hinwässer sind es gar nicht mehr. da, da hast du dich versteckt. Nice. Gittis, schaut mal. Gutes Futter. Jedes Einzige, oder? So, und ich würde sagen, Kinder, wir machen jetzt mal einen Supersprint Red Tour. Wir finden hier noch irgendwo Nahrung, aber ich will jetzt erstmal wieder in die Nähe von unserem Unterschlupf. Könnte man auf die andere Seite ein bisschen weitergehen, so schauen, ob wir was finden. Bin gespannt, ob die Falle wieder da ist. Hä? Ne, ist sie nicht. Okay. Okay, wir werden das jetzt noch ein bisschen ausreizen. Schauen wir mal hier noch. Ah, nix schlägt an. Es ist nix grün. Oh, nein. Von der Seite jetzt her. Oh, fach, 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 fach. Okay, 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 okay. Nein. Oh, er verfolgt uns doch eben gar nicht. Okay. Ah, shit. Aber jetzt brauchen wir unbedingt Nahrung. Jetzt sind wir bei der Hälfte. Okay. Also kann ich Spielereien in der nächsten Nacht. Aber ich würde sagen, die nächste Nacht machen wir in der nächsten Episode. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann macht es gut. Tschüss. und dann geht es gut. Untertitelung des ZDF, 2020